Leichte Nutzfahrzeuge sind gefragt wie nie. Die Beliebtheit des Online-Handels nimmt rasant zu. Transporter sind dabei die erste Wahl für schnelle und flexible Lieferungen bis an die Haustür. Die Fahrzeuge sind ständig im Einsatz und starken Belastungen ausgesetzt. Da bleibt ein hoher Verschleiß nicht aus. Für den Betreiber ist jeder Ausfall teuer. Genau hier setzt Schaeffler mit intelligenten Reparaturlösungen für Antrieb, Motor und Fahrwerk an. Werkstätten können damit eine besonders langlebige und einfache Reparatur durchführen. Das Fahrzeug ist zügig wieder im Einsatz. Schaeffler bietet ein markenübergreifendes Angebot für die gängigsten Nutzfahrzeuge an. Bereits mit den wichtigsten Modellen, wie dem Mercedes-Benz Sprinter oder dem Ford Transit, kann ein Großteil des Marktes abgedeckt werden. Alle Reparaturlösungen zeichnen sich durch hochwertige Komponenten aus. Sie sind ideal aufeinander abgestimmt und für hohe Beanspruchung ausgelegt. Das spart Standzeit und hält die Betriebskosten niedrig. Bestes Beispiel dafür, das Look 2 Massenschwungrad mit Impact Torque Limiter. Um den Antriebsstrang vor Überlastung zu schützen, hat Schaeffler einen Mechanismus entwickelt, der schlagartige Spitzenbelastungen abbaut und dem vorzeitigen Ausfall des Fahrzeugs vorbeugt. Intelligent reparieren statt teuer tauschen, ist das Motto der Look Gearbox. Jeder Getriebetyp weist individuelle Verschleißspuren auf. Deshalb ist auch jede Look Gearbox speziell auf einen Getriebetyp zugeschnitten. Mithilfe sämtlicher benötigter Teile wie Hauptlager und Dichtelementen gelingt eine kostenoptimierte Getriebereparatur. Spezialwerkzeuge runden das Angebot ab. Bei Lenkungs- und Fahrwerksteilen setzt Schaeffler auf kompromisslose Qualität. Die richtige Materialauswahl und Kombination spielt eine maßgebliche Rolle. Spezielle Beschichtungen und Dichtungstechnologien garantieren robustere und besonders langlebige Bauteile. Das Transportergeschäft birgt enormes Potenzial. Mit den Reparaturlösungen von Schaeffler können Werkstätten und der Teilehandel ihr Angebot unkompliziert erweitern. Die Hauptstadt- und Dichtungstechnologien psicolophage. Vielen Dank.